Wir sind heute in Bremen unterwegs und fragen die Leute, wieviel ihr Outfit-Wert ist. Ja, ich glaube so 120 Euro. Wie viel haben denn die Schuhe gekostet? 80 glaube ich. Die Socken? Weiß ich nicht, ich glaube höchstens 3 oder so. Das Kleid? 30 Euro. Und die Brille? 7,99 Euro. Wieviel sind denn die Schuhe wert? Die waren 130. Und die Hose? Die Hose war ich bei 80. Das T-Shirt war bei 30 oder 40 waren das glaube ich. Die Uhr war bei 300. Die Brille war bei 280. Meine Schuhe kosten von 20 bis 40 Euro. Achso, die Hose kostet 39,99 Euro. Und das T-Shirt? 99, 20,99 Euro. Ich habe keine Ahnung. Handtasche? Oh Gott, die ist schon 5 Jahre alt. Weiß ich nicht, um die 40 Euro müsste das sein. Und deine Uhr? Die kostet, ich glaube mal 100 Euro. 150. Und deine Kette? Ich schätze mal 50 Euro. Also jetzt vom Markt gehört oder für mich persönlich? Also wie viel die gekostet haben? Meine Schuhe, da gebe ich immer noch ein bisschen mehr aus. Die haben so 50 Euro gekostet. Also ich bin eher so ein Shopping-Muffel. Meine Mutter kommt oft ein und dann sage ich, entweder es passt oder nicht. Meine Hose? Ja, die Hose. Meine Hose, ich glaube 10 bis 20 Euro. Mein T-Shirt war wenig. Das habe ich auf eine Freizeit geschenkt bekommen. Das habe ich nur die Freizeit bezahlt. Und der Rucksack? Der Rucksack, den hat er tatsächlich selber gekauft. Vorm Geburtstagsgeld. 35 Euro hat er gekostet. Und wie viel kosten denn die Schuhe? Diese Wilkes Stocken heißen die, oder? Die sind 70 Euro. Leggings kosten 19 HM. Das ist aus meiner Heimat, Honduras. Und die sind super billig dann, wenn man die in Euro sagt. 5 Euro, 3 Euro. Und die Ray-Bans, die kosten 120. Die Tasche? Ah, die Skis, die hat 90 Euro. Die Schuhe kosten 90 Euro. Die Hose, Farbmilch 80 Euro. T-Shirt 20 Euro. Und das Sakko? 160 Euro. Die Brille 500 Euro. Und das ist gut. Und ich kann sehen, wie's die Yen. Ja. Die Schuhe ist ein bisschen weiter. Das ist gut. Sein Sie, die Schuhe ist echt. Das ist gut. Und das ist gut. Und das ist gut. Und das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020